Aber nach den ganzen Problemen, die wir jetzt gerade hatten mit meinen Emotes, geht es jetzt rein in die besten Clips der Woche. 112, 2 von 2 mit dem Untertitel Patenschaft. Ja, wir gehen rein und starten mit der guten Milchbaum. Wir sind gespannt. Ich habe den Clip ein bisschen lauter, weil in der Vergangenheit wurde mal gesagt, dass die Clips zu leise sind. Dementsprechend, wenn euch die Ohren wegfallen, I'm sorry. Not sorry. So nämlich. Ohne Witz, ohne Witz. Ich mache das auch nur für die Views. Ihr glaubt gar nicht, wie die Videos auf YouTube abgehen. Das ist der Knaller. Schön Content Klau vom Feinsten. Das ist Gerste. Vollkommen mit Ehre. Okay, maybe ich bin doch ein bisschen laut. Lol. Ich fühle ein wunderschöner Schnötterling. Ja, fast. Oh. So, dann klappt nämlich auch der Jump im First Try. Fünftiger nehmen wir hin. Lol. Das ist doch voll der Basic Jump, oder? Ja, Matteo, mach mal vor. Das ist ein Jump, den jeder Noob lernt. So, Achtung. Jump. Der erste Versuch. Was ist denn hier? Wieso steht denn hier Submit? Ist das irgendwie? Wieso ist das... Ja, nice. Trilux. GG. Was ist hier los? Das ist so doof. Hier wird alles mit Bier voll gesifft sein und kleben. Geil. Das macht keinen Sinn. Typische BG-Party. Aber ich mache das jetzt. Also, das macht keinen Sinn, dass ich das jetzt tue. Nee. Okay, Leute. Es ist nicht ganz leer. Er hat man gar nicht gesehen. Oh. Okay, alles gut. Geil. Als ob, ey. Kassikatu ist gestorben. Sniper King Dalukat, ey. Das ist der Killer, ey. Alter! Alter! 274 Meter! Das Fortnite halt auch immer noch ein Ding ist, ne? Ich kenne nicht, wie du da halt in Super 1 Amitur Level 5 Hypetrain. What? Ups, meine Brille. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Hypetrain, oder? Ich weiß es gar nicht. Fert mal Zeit. Ich ernähre mich von Fugenmoos. Seitdem Twitch die Subs günstiger gemacht hat, kann ich mir aber nix mehr leisten. Ich fühle mit dir. Was will ich machen? Was will ich machen? Es ist vorbei. Der Traum ist geträumt. Ich fühle mit dir, Erik. Und in dem koreanischen Sternzeichen, äh, Tiersternzeichen, Tier, Tierzeich, Tier... Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen. So nämlich. Als, äh, koreanisches Tierzeichenkreisen... Tier... Kreis... Zeichen. Wenn, äh, die Bombe in die Fü... Confused. Was, äh, die Bombe confused? Confused, nice. We will all time, it's... Oh mein Gott. Das wollen wir jetzt nicht weiter analysi... Analyse... Oh mein Gott. Ja. Nun. Aber wenn jemand rein, leicht hängt, ich werde ihn nicht befreien. Ja, und ich hab mich von auch nicht befreit. Sacken, dann fangen wir wirklich an. Versprochen, 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 versprochen. Das sind aber viele neue... Ah! Junge. Als es jetzt wäre, wenn es, ähm, nicht verboten wäre. Weil zum Beispiel, voll viele Leute fahren ja auch mit trunken Alkohol. Who knows? Vielleicht würden Leute, wenn Alkohol verboten wäre... Moment, ich muss kurz pupsen, Moment. Okay. What? Was war das für ein Geräusch? Hä? Was war das für ein Geräusch? Wie geht... Oh, was ist das für ein Spiel? Das sieht ja geil aus. Boah, Alter. Insight. Das könnte was für mich sein, ne? Ey, der Hase, ey. Ich zeige dir mal einen echten Hasen. 16, niedlich. Ja, das ist halt das Ding. Sie muss halt 16 werden, damit sie mit mir halt im Multiplayer dann spielen kann. Weil wir wollen es auch zusammen spielen. Ist gut, Sepp. Nordheim sucht dem Namen des Herrn, äh, befähle ich dir dort hin zurückzukehren, verpflichtig, verpflichtig. Oh, mein Gott. Ja, das... Ich musste mein Deutsch verbessern, was wir sehen. Aber ansonsten... Zum Ende war... Fucking hell! Wenn ich kein Psycho bin, was sonst? Bist du gerade nicht auf Radio, oder ist das unser... Ich hab mal die Haufe gedruckt. Ich hab mal die Haufe gedruckt. Was hat er gedrückt? Auf die Plattform Twitch. Denkst du dir nichts dabei? Zack! Ist es ne Dating-Börse, ne? Zack! Aber das sieht man direkt. Guck mal, wie sie reagiert. Wow. Das ist mein Traum, Mann, ne? Das denkt ihr sich gerade. Guckt mal. Guckt mal. Sie ist verliebt in mich, Chat, ne? Eindeutig, Chat. Sagt, was ihr wollt. Trotzdem wette ich, hatte er noch keinen Besuch von ihr. Ich schon. Was ist los mit dir? Einfach hergucken, wir sind beide hier. Ja, komm her! Schnapp ihn, bitte. Ich bin so böse! Tattoo schreibt man mit Doppel-E, oder? Äh, mit... Scotty, ey. Richtig gut. Okay, das hat keiner gehört. Nein. Oh, ich nehm noch ein Schwert. Kann ich... Ja, ich kann noch ein Schwert nehmen. Äh, Blondi, wenn du F10 drückst, kriegst du so ne kleine Hilfestellung. Na, was ist F10? F10, ja. LOL. Wie mies, ey. Das ist perfekt. Das ist perfekt, Chat. Wirklich. Was laberst du? Du sollst nicht so rum labern. Alter. Boah, Junge. Aufwarnspot. Cool, oder? Was ist denn mit dir? Ich bin verwirrt, wo sitzt du da? Machen wir gleich. Lass uns hier kurz die Tüte noch zu Ende bauen. Nein, immer wenn ich drin bin, rutsche ich raus. Was ist denn mit dir? Tobi. Oh, die Katze ist runtergesprungen. Ist du doof? Ja, was ist passiert? Also ist was gebrochen, oder? Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Also ich... Ja, es ist ein gutes Füllen, glaube ich. Wenn es gebrochen wird, wird man das Füllen, glaube ich. Ich habe ja medizinische Backgrounds, weißt du noch. Pfff. Wer... Wo kam das Geräusch her? Wer war das? Wer war das? Naja, jedenfalls... Diese Anfrage wäre professioneller als das, was ich meistens in meinem Postfach habe. Es sind zu wenig Reibschrechtfehler. Jetzt sind wir... Mal frei! Tobi. Es ist zu wenig Maße. Oh, shit! Wo bin ich? Wo bin ich? Von der Bruder. Oh Gott! Scha! Hä? Stand da nicht ihm das gleiche Spiel wie davor? Ich muss nicht sagen, ich will die ganze Familie. Die Kalingsgewässer sind unergründet, Tät. Ach, ist das herrlich. Jo, jo, da hat wohl wer ein Auge auf mich geworfen. Nö, ich stehe auf mich. Ja genau, so motiviert werde ich dich jetzt sehen. Genau so. Okay, ich geh rein. Okay, let's go und töte alle, ja? Zeig dir was. Ja, ich zeig dir was. Lol. Na ja. Jemand mal 7200 Euro spendet, dann bekommt er eine Patenschaft für meine Tippen. Geil. Wenn wir heute 7200 Subs machen, machen wir das. Damit ist es gesetzt. Oh Gott, ich hab so Angst. Wisse, noch ist nicht aktualisiert. Oh lol, die haben's. Aber es ist bereits gezündet. Und jetzt hat er aktualisiert 7200. Nein. Okay. Die haben's nicht ernsthaft geschafft, 7200 Subs zu kriegen. Warum macht ihr das nicht, wenn ich sowas sage? Ich will nur einen 24er machen. 35 Subs, easy. Gut, ihr kriegt keine Tittenpartnerschaft bei mir. Aber... Alles ist voll. Alter Lachs, ey. Meine Community weiß, dass ich sehr viel sabber... Oh, krass. Oh, krass. Die haben's halt tatsächlich donated. Patenschaft, let's go. Oh, es ist krass. Patenschaft, let's go. Ich... Ich hab davon gehört. Ich hab's mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen. Aber was? Ihr habt doch echt einen Schuss, oder? Ich gratuliere euch zu eurer Patenschaft. Ja, welche haben sie jetzt? Die rechte oder die linke? Man kann doch mal gucken... Leute, habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr super lange Klopapier benutzt, wenn ihr oft hintereinander auf Toilette müsst, dass euer Arsch richtig brennt? Die Stille. Moment los! Weißt du... Bist du dieser ältere Herr von Twitch Clips Germany mit den creepy anrüchigen Kommentaren immer? Ja, ist er. ist also höchstwahrscheinlich ja ich weiß gar nicht die leute sagen immer alter adam und so ich glaube dass die laune da trotzdem er sich wo man unten gehen andere seite sei es war hier meine ich habe feuer der einsatz tschüss muss hier weg wegen peinlichkeit tschüss du bist der autofahrer der welt da bin ich für bekannt es gibt dann auch sagen wir den stehe oh das ist interessant das ist hoch interessant freunde nicht wahr ja man kennt es ja 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 es gibt vielleicht auch den hier fühle ich nicht so ganz wird es wenn du dann mit so einem spiegel ja freunde schreibt mal in die kommentare was ihr für ein typ seid ich habe ja 98 prozent meiner zuschauer sind männlich schreibt ihr mal rein was ihr für ein typ seid ich glaube ihr wisst worauf toro hier anspielt ich sehe mich bei nummer eins ja ich sehe mich bei nummer eins also im grunde ist es genau das oh oh nein 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 was ist das für eine verkettung von unglücklichen umständen ich glaube wir müssen der guten ivraldismann mal ein sub hier schenken die muss mal bei uns reingucken die muss mal gucken wie kai so geht immer diese vanilla fehlt mann 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 der bar suche rasiert heftiger als toro eben ja freunde und ihr solltet nicht nur twitch gibt's germany abonnieren sondern auch mein kanal auf youtube und auf twitch gäste lp einfach suchen dann findet ihr mich schon und wir sehen uns zur nächsten reaction wieder ja zur nächsten reaction hier auf youtube also bis dahin meine freunde tschüss ciao und reinge